Elon Musk und Grimes sind zum zweiten Mal Eltern geworden, per Leihmutterschaft. Ihr Beziehungsstatus ist undurchsichtig, doch sie wollen noch mehr Kinder. Erst bestätigte Tesla-Gründer Elon Musk, 50, im September 2021 die halbe Trennung von Sängerin Grimes, 33, gegenüber dem US-Portal Page Six. Dann plauderte sie gerade erst die überraschenden Baby-News im Interview mit dem US-Magazin Vanity Fair aus. Fest zusammen seien sie nicht, was die nun zweifachen Eltern aber nicht davon abhält, noch weitere Kinder zu planen, zumindest, wenn es nach ihr geht. Elon Musk und Grimes wollen mindestens drei oder vier Kinder. Ende Dezember 2021 brachte Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, mit einem Foto auf Instagram die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Auf der kunstvollen Aufnahme war sie mit einem Babybauch zu sehen. Wie sich nun herausstellt, ist sie nicht selbst schwanger gewesen. Ihr zweites Kind mit Ex oder auch nicht Ex Elon Musk, Tochter Ex-Adarx Sidera L. Musk, genannt Y, sei vergangenen Dezember per Leihmutter zur Welt gekommen, so Grimes gegenüber Vanity Fair. Trotz der halben Trennung könnte sich die kanadische Musikerin noch weiteren Nachwuchs mit dem Milliardär vorstellen. Neben Y und Söhnchen XAEA 12, der aber nur X gerufen wird, sollen es mindestens drei oder vier Kinder werden, trotz des undurchsichtigen Beziehungsstatus. Diesen bezeichne Grimes lediglich als fließend. Beziehungswirrwarr vs. alternatives Familienmodell Für den Unternehmer, der im Februar mit Schauspielerin Natascha Besset, 24, einen Trip unternommen haben soll und damit Liebesgerüchte auslöste, hat Grimes nur liebevolle Worte übrig. Sie würde Elon wahrscheinlich als ihren Freund bezeichnen. Sie seien zwar halb getrennt, leben in verschiedenen Häusern, würden sich aber weiterhin häufig sehen und immer noch lieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017